. Ja, wie ich bin, der Trendert läuft ab dem Bau raus. Ich habe keine Schnitzel mehr für meine Eizung. Ich kaufe da meinem Kollegen trockene Schnitzel und werde dann diesen Sommer Fischgehackte liefern. Jetzt fülle ich hier vier Kipper, trockene Schnitzel. Einen von meinem Kollegen. Ich lefere ihn dann feuchte Schnitzel und bekomme trockene. Doch ein guter Handel. Ja. Du warst der Wind in meinen Flügel. Ja, liebe YouTube-Freunde, mein Sender heute, Samstagmorgen. Es wäre vier Baden-Württemberg. Jawohl. Treffen sich ein Schauspieler, eine Sängerin und eine Big Band auf der Bühne.